ja hallo meine lieben diamonds ich lege euch jetzt erstmal bevor es so richtig los geht mit dem painten zwei gruppen ans herz und zwar haben wir hier die diamond painting für anfänger und profis die ist wie immer unten verlinkt in der video beschreibung ganz oben kommt einfach rein habt spaß dort sind keinerlei verbote außer jetzt mobbing und co weil ja ihr könnt werbung für euren kanal machen ihr könnt werbung für euch machen ihr könnt eure kunstwerke zeigen und sagen wo ihr sie her habt so dann gibt es die diamond painting mit herz gruppe von sylvia rau sie verkauft diamond paintings sie verkauft steinchen wenn euch also steinchen fehlen dann könnt ihr dort für nachschub sorgen auf der diamond painting mit herz seite und in der gruppe stöbert ein bisschen rum habt spaß lernt euch alle da gegenseitig kennen und tauscht euch aus und wie gesagt wenn ihr möchtet kommt gerne in die beiden gruppen hinein ich bin auch dort und bei der diamond painting für anfänger und profis gruppe könnt ihr euch ohne irgendwelche verbote und ohne streitereien unterhalten und austauschen also wir sehen uns in eine der beiden gruppen oder in beiden gruppen und jetzt viel spaß mit meinem drachen so oder machen wir jetzt mal weiter mit dem drachen ich habe die letzte nächte viel viel am bild verbracht und ja wie geht es euch ihr lieben alles gut bei euch der lockdown ist ja jetzt im stande und viele viele müssen sich jetzt zu hause beschäftigen so gut es geht zu hause bleiben zur arbeit und dann wieder nach hause zum einkaufen und schnell wieder nach hause ich ja für mich ändert sich nicht viel ich habe hier meinen vorrat an bildern ich kann die bilder machen ich habe hier mein mein internet ich kann alles hier zu hause erledigen von daher alles gut wie geht es euch damit was ändert sich für euch und wie kommt ihr damit zurecht das wüsste ich gerne schreibt es mir gerne in die kommentare ja wie gesagt ich habe die letzten nächte viel viel am bild verbracht und es hat mir so viel spaß gemacht die knalligen farben wie ihr sehen könnt sind so toll wahnsinn ja ich hoffe natürlich dass die farben alle reichen die steinchen an der reichen wenn nicht dann brauche ich ja nur bei diamond petting mit herz steinchen nachzubestellen das geht dann ruckzuck die silvia rau die kann dann in kürzester zeit für euch die steinchen organisieren wenn mal was fehlt von daher brauche ich mir da gar keine gedanken machen aber wie sehen könnt schönes buntes bild ich liebe bunte bilder einfach toll ich habe hier sehr viel den vier ersetzer benutzt aber auch sehr viel mit dem einer gelegt damit alles gerade ist ich werde dieses bild hier aufhängen bei mir im hintergrund von daher sollte alles schon gerade sein ja was die verlosung vom wochenende betraf da war ich schon recht erschrocken wie viele anfragen ich bekommen habe ob sie noch teilnehmen können da frage ich mich ihr lieben guckt ihr überhaupt die videos komplett am samstag das video da war die verlosung ich verstehe nicht wie man dann darunter kommentieren kann ob man noch teilnehmen ihr müsst die videos auch angucken nicht nur den daumen nach oben geben sondern auch meine videos angucken so langweilig sind die nicht also ja ja das hat ich nämlich jetzt schon mehrfach dass leute drunter kommentieren unter einem 20 minuten video und dann kommentieren sie nach zwei minuten nachdem es online gestellt wurde ihr lieben ich merke dass ich kriege es mit ob ihr meine videos guckt oder nicht und ich würde mich freuen wenn ihr die wenigstens zum teil gucken würde denn ich gebe mir wirklich mühe seit über einem jahr gebe ich mir sehr viel mühe mit den videos dass ihr jeden tag was zu gucken habt gestern habe ich ausgesetzt gestern ging es mir nicht gut da habe ich mir dann meinen urlaubstag quasi genommen normalerweise habe ich ja sowieso nur montags bis freitags videos und daher habe ich mit den sonntag freigenommen ja ich war mal so frei was habt ihr denn schönes gemacht am wochenende zu halloween und am allerheiligen wart ihr auf den friedhöfen wart ihr eure liebsten besuchen habt ihr ein paar blümchen hingelegt kerzen angemacht habt ihr halloween gefeiert habt ihr gruselfilmchen geguckt oder habt ihr gedacht ne halloween ist nicht meins das lasse ich sein ich gucke sonst wie immer auch meine serie und sonstiges schreibt es mir einfach mal in die kommentare wir tauschen uns dann aus und dann weiß ich genau wie es euch ergangen ist am wochenende denn bei uns war es ganz gemütlich ich habe hier mein diamond painting gemacht mein mann hat seine serie geguckt hat ein bisschen an der konsole gezockt ja wir zocken playstation wer eine playstation 4 hat der kann sich gerne bei mir melden man kann ja mal zusammen was spielen was habe ich sonst noch gemacht eigentlich nicht viel youtube geschaut ein bisschen bei den anderen youtuber vorbeigeguckt bei pinkies kreativfeld zum beispiel wenn ihr möchtet schaut mal dort gerne vorbei dass sie die 200 dieses jahr noch schafft denn ich habe mit ihr gewettet dass sie es schafft also lasst ihr gerne ein abo da macht ihr eine freude und genauso bei brianna da habe ich gewettet sie schafft die 350 das schaffen wir bestimmt oder hat sie die schon ich bin mir jetzt gerade nicht sicher auf jeden fall alle kanäle die in meinem kanal verlinkt sind schaut gerne dort vorbei es sind wirklich tolle kanäle genauso wie rin arena jackson und unsere welt also alles tolle kanäle kann ich nur empfehlen ich sie jeden tag also ja sonst gibt es eigentlich nichts neues na also ich werde euch gleich ein bisschen speedpainting einblenden und nehmt euch meine tipps zu herzen mit gruppen und kanälen es sind wirklich wirklich tolle tipps glaubt mir in den gruppen werdet ihr spaß haben viele sind ja schon durch meinen kanal in die gruppe gekommen da freue ich mich sehr drüber und ich freue mich über den ganzen austausch ich freue mich über eure bilder die ihr so painted und über ihre fortschritte wenn ihr mal fragen habt werden sie auch beantwortet also da könnt ihr sicher sein dort wird niemand kritisiert für seine schreibweise oder für seine fragen denn die gruppe ist dafür da um einander zu helfen also kommt rein tauscht euch aus und habt keine scham ihr könnt alles posten ja ja und dann seht ihr auch ein bisschen was hier im hintergrund bei mir geschieht wenn ich mal keine videos mache dann bekommt ihr die neuigkeiten in der gruppe mit und wie gesagt ich werde jetzt ein bisschen speedpainting einblenden und wir sehen uns dann im nächsten video ihr schnuckis ich freue mich ganz doll auf euch und ich freue mich wenn ihr in die gruppe kommt und mir da hallo sagt also wir sehen uns im nächsten video morgen beim paint with me was ein bisschen länger geht freut euch drauf ein bisschen gerasche am headzeit ich weiß freut euch aufs nächste video ein bisschen paint und chill ich denke mal so ein viertel stunde video wird es dann werden morgen und dann zeige ich euch die fortschritte am drachen ja schöner bunter drache bis dahin bleibt mir gesund fühlt euch gedrückt und umarmt eure annie tschüss bis dahin bleibt bis dahin Australians bis dahin Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.